13 Fragen, hier kommt die erste. Müssen wir intensiver gegen Linksextremismus vorgehen? Wenn ihr sagt, ja, dann würde ich euch bitten, geht aufs grüne Feld. Wenn ihr sagt, nee, eigentlich nicht, dann bitte aufs gelbe Feld. Und bitte. Um es von vornherein gleich mal zu sagen, der Rechtsextremismus ist das größte Problem für unsere Demokratie. Punkt. Pause. Gleichzeitig wäre es aber natürlich fahrlässig, andere Gefahren nicht zu debattieren, wie zum Beispiel den Linksextremismus. Wenn Jagd auf Menschen gemacht wird, wenn Polizeikräfte auch privat eingeschüchtert werden, wenn teilweise zum Umsturz gegen das System aufgerufen wird, dann kann uns das als Demokraten und Demokratinnen natürlich nicht kalt lassen. Erste Mai-Demos, G20-Gipfel und der Fall der Linksextremistin Lina E. Haben wir die Gewaltbereitschaft des linken Spektrums vielleicht unterschätzt? Oder wird dort eine ganze Szene einseitig und zu Unrecht diskreditiert? Darüber sind sich meine Gäste natürlich erstmal uneins. Wir versuchen heute wieder, beide Seiten näher zueinander zu führen, vielleicht eine Kompromisslinie zu identifizieren. Ob das gelingt, werden wir am Ende der Folge sehen. Jetzt erstmal die Frage an euch. Wo würdet ihr euch positionieren? Auf der grünen Seite oder auf der gelben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und jetzt geht's los. Man muss vielleicht einleitend sagen, der Begriff links, genauso wie der Begriff rechts, ist ziemlich schwammig. Trotzdem verwenden wir sie ja im öffentlichen Diskurs immer wieder. Deswegen würde ich gerne erstmal so eine allgemeine Runde machen, was wir damit überhaupt meinen, wenn wir über links reden. Und bei 13 Fragen kommt hier Frage Nummer zwei, die geht an Linda. Du bezeichnest dich selbst als links. Was bedeutet das für dich? Ja genau, also ich bezeichne mich eigentlich sogar sehr ungern einfach mit einem Sammelbegriff wie linksradikal oder eben links. Ich bin in allererster Linie Antifaschistin und ich glaube, das ist selbsterklärend. Ich bin auch Feministin, das heißt, mir geht es hier um Gleichheit von Geschlechtern. Ich bin Antirassistin und ich bin auch Antikapitalistin. Von Linken und auch Antifaschistinnen geht keine größere Gefahr für die Demokratie aus, sondern vielmehr ist es eine Anerkennung dessen, dass wir in einer Welt leben, die noch gar nicht fundamental demokratisch ist. Also die Mitbestimmung fehlt an mancher Stelle für irre viele Menschen. Dementsprechend würde ich sagen eigentlich, links zu sein, Antifaschistin zu sein, ist das Demokratischste überhaupt. Geht ihr beiden da mit oder habt ihr noch was zu ergänzen? Wie würdet ihr links definieren? Ich würde vielleicht noch ergänzen, also ich gehe da eigentlich bei allem mit, dass sich Linksein durch eine sozusagen Ideologie der Gleichheit definiert, dass man eben davon ausgeht, dass alle Menschen gleich sind und alle die gleichen Rechte haben sollten. Es muss nicht heute gegen linksradikalismus vorgegangen werden, da die linke Szene ja schon sehr von Repressionen überzogen wird. Und da trifft man eigentlich die Falschen, da trifft man eben die, die sich gegen rechte Gewalt einsetzen und die da sind, wenn der Staat nicht da ist. Ich kann dem auch zustimmen und möchte vielleicht noch was zu einer Abgrenzung sagen, denn in der Geschichte der linken Bewegung gab es durchaus totalitäre Tendenzen. Man denkt an Stalinismus, Mao, Pol Pot und solche Großverbrecher. Also mit denen kann ich überhaupt nichts anfangen. Die finde ich ganz fürchterlich. Und die haben zwar auf ihre Fahlen auch die Gleichheit geschrieben, aber das haben die nicht gemacht. Die haben extremste Ungleichheit politische hergestellt, ultra antidemokratisch. Und das ist etwas, was ich überhaupt nicht unterstützen kann. Aber ich bin Anarchist. Ich möchte also eine möglichst herrschaftsfreie Gesellschaft haben, was die Wirtschaft, die Gesellschaft, die Politik und so weiter angeht. Und demokratischer geht es eigentlich gar nicht. Es gab in den letzten Jahren und paar Jahrzehnten einen massiven Rechtsruck in der Politik. Und das zieht nach sich, dass relativ normale, brave Positionen inzwischen als sehr links wahrgenommen werden. Und man braucht diesen Feind links. Deswegen schlägt man jetzt auf Leute ein, die gar nicht so radikal sind, wie das oft den Anschein hat. Und Jennifer, gehst du da mit? Ist das so eine ähnliche Definition von links, die du auch im Kopf hast? Oder würdest du sagen, links ist auch noch was ganz anderes? Ich würde zum Teilen mitgehen. Ich würde aber auch zu Teilen sagen, dass einiges, was eben genannt wurde, längst nicht mehr nur für links gilt. Also ich glaube, es gibt auch Menschen, die sich als Feministen definieren, die sich jetzt nicht zwingend links verordnen würden. Ich glaube, das, wo man am eindeutigsten vielleicht noch links zuordnen kann, wäre die antikapitalistische Haltung. Bei allem anderen würde ich tatsächlich in die Diskussion einsteigen. Und ich würde auch sagen, es ist absolut nicht das Gleiche, wenn man über den Gleichheitsgedanken spielt. Gleiche Rechte sind nicht das Gleiche, wie über generell gleiche Menschen zu sprechen. Ich denke, es gibt eine Tendenz dazu, Linksextremismus mehr zu verharmlosen als Rechtsextremismus. Weil ja Linksextremismus auch aus der Antifa-Bewegung kommt. Und Antifaschisten, das sind wir ja irgendwie auch alle ein bisschen. Und deswegen tendiert man dazu, Linksextremismus zu verharmlosen. Aber man darf nicht vergessen, politische Gewalt ist nie zulässig und richtet sich immer gegen die Gesellschaft im Grunde genommen, in der wir entschieden haben zu leben, weil Extremismus richtet sich gegen den Staat. Benjamin hat auch so ein bisschen genickt. Du gehst so grob mit und sagst, ja. Ich glaube, sowohl Jennifer als auch du, Jo, ihr habt schon ordentlich angesprochen. Es gibt keine klare Definition. Ich glaube, alleine aufgrund unserer historischen Verantwortung sollten wir alle links sein. Aber wir müssen eben doch aufpassen. Und darum geht es eben auch. Wenn wir diese Debatte führen, ist nicht alles, was rechts ist, automatisch schlimm. Der Linksextremismus wird dann immer bagatellisiert, wird dargestellt als etwas Gutes im Vergleich zum Rechtsextremismus. Für uns als Gewerkschaft der Polizei gibt es weder guten noch schlechten Extremismus. Peter, wann wird links zu links radikal? Links radikal bin ich, weil ich radikal denke. Das heißt, ich möchte, wenn ich mich mit Politik, mit Gleichheit und Ungleichheit der Menschen, mit den Rechten, die die Menschen haben oder nicht beschäftige, nicht nur an der Oberfläche kratzen, sozusagen nur die Symptome mir anschauen, sondern die Ursachen mir auch anschauen, die Wurzeln von Ungleichheit, aber auch die Wurzeln möglicher Gleichheit. Und das, denke ich, ist radikal. Und radikal sein ist in diesem ersten Schritt erstmal eine Haltung des Wissenwollens und des wirklich ganz Wissenwollens und nicht nur sozusagen hier, ich sehe eine Ungerechtigkeit und dann will ich halt dem, was weiß ich, der zu wenig bekommt, ein paar Mark dazugeben oder so. Das reicht nicht. Also ich möchte nicht an der Oberfläche kratzen, sondern in der Tiefe schürfen. Aber Peter, darf ich gleich mal einschneiden, rechtsradikal sind dann auch nur diejenigen, die für dich nach Wissen graben wollen oder wie? Ja, das klingt jetzt ein bisschen frech, aber ich glaube tatsächlich, dass Radikalismus, den kann es überall geben, es kann radikale Liberale geben, die kommen dann oft auch bei anderen Dingen raus als der Mainstream-Liberalismus. Und das sehe ich bei den Rechten genauso, also bei den Konservativen, bei den Chauvinisten und so weiter. Also viele von denen sind radikal, weil sie sich ganz grundsätzlich andere Gedanken machen. Was dann dabei rauskommt als Taten, das ist nochmal eine andere Sache. Ich finde es interessant, dass wir erstmal so Begriffe versuchen zu definieren und uns dem anzunähern. Jetzt sagst du, Bettina, der Begriff Linksextremismus, den benutzt du gar nicht. Warum nicht? Genau, also ich benutze den Begriff Linksradikalismus, weil der Begriff Linksextremismus oder auch Rechtsextremismus beruht auf der Extremismustheorie und das ist diese bekannte Hufeisentheorie. Das heißt, auf der einen Seite ist der Rechtsextremismus, auf der anderen Seite des Hufeisens ist der Linksextremismus, hier unten ist die Mitte. Die beiden sind sozusagen an zwei verschiedenen Polen, aber nah beieinander. Und das sehe ich nicht so, weil ich eben nicht denke, dass man diese beiden Ideologien vergleichen kann. Und was diese Extremismustheorie auch nicht fassen kann, was ich auch einen wichtigen Punkt finde, weil es auch schon öfter gefallen ist, die Mitte. Also das heißt, es gibt auch Bedrohungen aus der Mitte für die Demokratie. Beispielsweise, dass die CDU in Thüringen mit der AfD abgestimmt hat, ist so ein ganz klares Beispiel dafür. Oder die Mitte-Studie, dass es eben immer weiter verbreitet ist, dass rechtsextremistische Meinungen immer weiter in die Mitte ankommen. Ich glaube, man kann eben nicht nur in diesen Polen denken, sondern man muss einfach die gesamte Gesellschaft sehen und nicht so nur das eine, nur das andere. Die berühmte Hufeisentheorie. Jennifer, du warst auch immer dagegen. Und dann habe ich aber gelesen, ja, so ein bisschen was kannst du der Sache doch abgewinnen, nämlich was? Also ich glaube, die Theorien sind ja immer so eine Art Hilfskonstrukt. Aber unabhängig davon, was die Hufeisentheorie ja auch in so einem normalen Sprachgebrauch, wofür sie steht, ist ja, dass es Extreme auf beiden Seiten geht und die sich letztlich in ihrer Extremität, also in ihren Methoden, in dem Zugriff zur Realität, in der Antwort auf Realität und in dem Umgang mit Staat und Gesetzen sich ähneln. Und da muss ich sagen, gerade die letzten Jahre finde ich, dass ich da immer mehr sehe, dass das nicht ganz falsch ist, dass das irgendwie Extremismus aus verschiedenen Richtungen kommt, aufgrund von verschiedenen Ideologien. Aber am Ende ist die Bedrohung für das Gemeinwesen die gleiche. Ja, da würde ich, also da bin ich total, also es interessiert mich total, wo du diese Gleichwertigkeit oder diese Ähnlichkeit in den letzten Jahren siehst, weil ich sehe die nicht. Was ich beobachten kann, was, ich sage jetzt nicht mal Rechte, sondern ganz konkret vielleicht faschistische Gruppen in diesem Land machen, ist Menschen ermorden, ja. Und das ist ja nun auf der anderen Seite nicht der Fall. Also da wurde ja jetzt in den letzten Jahren niemand ermordet. Und das ist schon ein fundamentaler Unterschied, würde ich sagen, den man vielleicht sich auch anschauen müsste. Also Mord steht natürlich ganz am Ende. Und es ist jetzt auch nicht so, dass die Geschichte der Bundesrepublik keine politischen Morde von links kennt. In den letzten Jahren geht es mir eher darum, auch um Tendenzen, die sich entwickelt haben. Also es fängt an bei den Covid-Demos, wo eine komische Melange an Leuten auf der Straße war. Aber wenn ich sehe, was bei diesen sogenannten pro-palästinensischen Demos, die in Wirklichkeit meistens anti-israelische Demos sind, alles gemeinsam auf die Straße geht, da sind natürlich auch religiöse Extremismen, wenn man so will. Aber da sind auch ganz klar linksradikale und linksextremes Potenzial dabei. Und die zumindest nicht selber aktiv werden, aber Morde gutheißen. Und Bettina ist so leicht nach vorne gegangen. Wieso? Genau, weil ich das auf jeden Fall das Problem auch sehe. Also gerade eben jetzt seit dem 7. Oktober das Aufkommen des linken Antisemitismus oder also der Antisemitismus eben von allen Seiten, von rechts, von links und dann sage ich jetzt doch von der Mitte der Gesellschaft, das sehe ich auch als ein großes Problem. Und dass eben gerade viele Linke da auch mitlaufen, das ist so zu sagen, wo ich auch schon überlegt habe, kann ich mich dann überhaupt noch links nennen, wenn ich damit gar nichts zu tun haben will. Und trotzdem ist ja die Frage, Jörg, du darfst sofort, trotzdem ist ja die Frage, die du aufgebracht hast, du machst da eine ganz klare Unterscheidung. Du sagst zwar, Extremismus ist so oder so doof, wenn ich dich richtig verstanden habe, aber die Gefahr von rechts ist eine viel größere und deswegen gar nicht zu vergleichen. Da habe ich dich richtig verstanden. Also du lehnst die Hufeisentheorie ab. Ja, absolut. Aber tatsächlich auch ganz, ganz konkret, weil eben da die Mitte oder die politische Mitte, wie auch immer, gesellschaftliche Mitte, als neutral dargestellt wird. Und also im politischen Raum so zu denken, finde ich also ein bisschen fahrlässig fast schon, weil das bedeutet halt, dass man eben sich gar nicht anschaut, was passiert denn da? Also was sind denn politische Handlungen, die aus der politischen Mitte dann eben kommen, die eben gar nicht neutral sind, die ein bestimmtes Schicksal für Leute auch bedeuten? Zum Beispiel eine Abschiebung. Das ist in diesem Land total eine legale Handlung und die wird begründet auf dem Rechtsstaat. Trotzdem ist die ja schlimm und schrecklich und auch gewaltvoll für Leute. Und also das sind halt Kategorien, in denen ich denke und die, denke ich, im Endeffekt auch mein Linkssein ausmachen. Kannst du nachvollziehen, Jörg? Gehst du vor? Das finde ich ja super spannend, also weil das ist so mein Lieblingsthema. Also hier fehlt ja der Dialog, meines Erachtens. Und wenn wir in der Mitte was haben, sozusagen was Gewalt legitimiert, wie Abschiebung, dann muss das diskutiert werden und zwar laut und zwar sozusagen mit den Spektren und der Mitte. Und das ist mir abhandengekommen. Ja, ich denke, wir brauchen mehr Aufmerksamkeit für das linke Spektrum und mit Aufmerksamkeit meine ich Dialoggespräche, die Menschen links von der Mitte nicht allein zu lassen und insbesondere die jungen Menschen, die nach Orientierung suchen und in Dialog zu gehen. Und das andere, was ich nochmal sagen wollte, was mir dann auffällt, obwohl ich mich jetzt theoretisch auch linksliberal sozusagen positionieren würde, ist, wer wo mitläuft. Also was an Demonstrationen von links oder von rechts sozusagen auf der Straße zu beobachten ist und hier in Berlin, das ist der Hauptstadt sozusagen der Demonstration, ich bin oft zugegen und ich treffe Menschen, die eigentlich in einem ganz anderen Spektrum zu Hause sind und zwar auch von links bei rechten Demonstrationen. Und das macht mich unruhig. Und meine Sorge ist, dass wir ein bisschen die Kontrolle verlieren. Aber wie kommst du auf die Idee, dass du derjenige bist, der die Kontrolle haben sollte oder sonst irgendjemand? Was ist denn das für eine komische Idee, Kontrolle zu haben? Niemand hat jemals die Kontrolle. Das ist eine Fantasie von der Mitte und deswegen wird die Mitte halt gewalttätig. Nur, dass die Mitte nicht selbst die Sandhandschuhe anzieht, sondern die schickt die Polizei vor und die sorgt dann dafür, dass die Gewalt für die Mitte-Politik durchgeführt wird. Du wirst doch eine Verantwortung haben für deine politische Haltung, oder? Ja, ich für meine, aber nicht für alle möglichen. Und dann ist die Frage um dich herum sozusagen, wirst du doch versuchen, durch deinen Einfluss auch eine Kontrolle auszuüben, nämlich, dass dir das nicht entgleitet. Du kannst natürlich als Solitär irgendwie alleine rumstehen, aber du bist doch mitverantwortlich für dein Spektrum. Ja, absolut. Und da würde ich dich gerne dann auch auffordern, zu sagen, wie machst du das, dass dir nicht am, also du wachst morgens auf und du kommst in einem neuen Land zur Welt und da gibt es keine Demokratie mehr. Also die Verantwortung von links, sich abzugrenzen, die fehlt mir in dem Diskurs. Willst du antworten? Also ja, ich denke, dass es da sehr viel Diskurs gibt und ich sehe in den sozialen Medien, in denen ich bin, wie sich die Linken gerade richtig heftig in Diskussionen beackern und zwar gerade, was jetzt diesen Überfall der Hamas auf Israel anging am 7. Oktober mit diesen Terrormassakern, die die da veranstaltet haben, was von den einen als schreckliche Wiederholungstat vergleichbar, jetzt in klein, aber so groß seither gab es es, nicht mehr mit dem Holocaust ist und die anderen, die sagen hier, aber schaut euch an, wie es in Gaza gerade zugeht, wo die Menschenrechte verletzt werden und da versuchen die Leute, sich gegenseitig irgendwie zu überzeugen, es gibt noch vieles anderes, auch, dass Leute nicht versuchen, sich zu überzeugen, aber ich sehe das ja schon, dass das gemacht wird, ist dir dann vielleicht nicht aufgefallen, weil du was Spektakuläreres gesehen hast. Wir können ja mal zwischendurch fragen, wie seht ihr das denn? Wie würdet ihr denn linksradikal, linksextremistisch definieren? Was wäre für euch ein gutes Beispiel dafür? Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. Ich würde gerne mal bei Jörg nachfragen, weil du hast ja auch eine Erfahrung aus deiner Vergangenheit, weil du sagst, du hast Angst, dass auch im linken Spektrum die Kontrolle verloren geht. Was genau meinst du da? Was meinst du vielleicht auch aus deiner Vergangenheit? Ja, vielleicht kommen wir da auch so durcheinander, weil ich sehr stark in Biografien denke und ich habe Zeit meines Lebens mit sehr jungen Menschen zu tun gehabt, in Jugendzentren, in Stadtteilzentren, die eben die Kontrolle über sich selbst und ihre Handlung verloren haben und sich dann strafbar gemacht haben. Und da habe ich sehr viele 16, 17, 18, 20-Jährige gesehen, die sich wirklich verlaufen haben. Verstehe ich dich richtig? Du siehst eine Gefahr der Radikalisierung bei orientierungslosen jungen Menschen. Ja. Hat er damit recht? Stimmt das? Also ich kann sozusagen mit einem Beispiel antworten, weil ich das nicht so sehe. Also ich kann mir vorstellen, also das kommt ja nicht von irgendwo her, warum sich Leute radikalisieren. Da steht ja oft, also klar kann es auch sein, dass die irgendwie das tun, was der große Bruder macht oder so. Aber oft stehen ja vorher zum Beispiel auch Repressionserfahrungen. Um ein Beispiel zu bringen, es gab ja eben diesen Tag X, den 3. Juni in Leipzig, also diese Großdemo, die dann verboten wurde nach dem Urteil gegen Lina E. und die anderen. Und da gab es ja diesen großen Kessel, wo einfach 1000 Leute über Stunden bis 5 Uhr morgens eingekesselt wurden. Und ich glaube, dass so eine Repressionserfahrung, die macht dann vielleicht auch nicht unbedingt, dass man danach denkt, hey, die Polizei ist toll, der Staat ist toll. Also das heißt, man muss es schon noch immer in dem Kontext sehen, woher diese Meinungen auch kommen. Benjamin, kannst du nachvollziehen? Also es ist ein bisschen Gewalt erzeugt gegen Gewalt oder zumindest Unmut, möchte ich sagen. Wenn du sagst, eine Repressionserfahrung, ich kann dir mal ein Beispiel geben. Also eine Polizistenkette hintereinander, ja, begleitet einen Versammlungsauflauf, beispielsweise von einem schwarzen Block, also der sich ganz bewusst vermummt, obwohl es in unserem Land verboten ist, der auch bereit dazu ist, Straftaten zu begehen, ob nun Sachbeschädigungen oder auch Körperverletzungen, was auch immer. Da werden auch unsere Kolleginnen und Kollegen angegriffen. So, dann kommt einer von außen, Polizei begleitet das eng, dann kommt einer von außen und möchte da auch mit in die Mitte. So, und dann wird er vom Kollegen weggedrückt. Das macht ein Polizist, um eben nicht zum Vordermann abreißen zu lassen, weil es nämlich die größte Gefahr ist, dass ein Polizist eingekesselt wird von einem schwarzen Mob, beispielsweise. Das sieht die Bürgerin oder der Bürger, der da jetzt hin will, der sieht das gar nicht oder die sieht das gar nicht, sondern sagt hier, Polizeigewalt rechtswidrig, du hast mich weggeschubst. Ich kann euch nur dazu einladen, setzt euch mal ein Einsatzhelm auf und geht mal bei so einer Versammlungslage mit. Genau, aber wenn wir beim Thema Helm sind, also dann... Moment, Moment, lass mich mal noch kurz ausfüllen. Ja, klar. Situation ist, ich kann nicht für jede Polizei sprechen, ja. In Berlin haben wir ein Deeskalationsgebot und du wirst auch am 1. Mai, obwohl am 1. Mai bekannt ist, dass Barrikaden auf der Straße brennen, dass Steine auf Kolleginnen und Kollegen der Polizei geworfen wird, wirst du vor 18 Uhr kaum einen im Helm sehen, weil die den Helm abnehmen. Wenn die aber durch die Rigaer Straße laufen, dass die den Helm aufsetzen, wenn oben Steindepots auf dem Dach stehen und dazu aufgerufen wird, Polizistinnen und Polizisten schwer zu verletzen, Feuerwehrleute schwer zu verletzen, dann glaube ich, kann man verstehen, dass man da einen Helm aufsetzt. Kannst du verstehen? Klar, das kann ich verstehen, würde ich, oder ich wäre keine Polizistin, aber ich würde es natürlich auch machen, um mich zu schützen, aber wenn man eben auf eine Demo geht, als einfache Demo-Teilnehmerin und dann steht man diesen Hundertschaften in Helm, die dann an einem gewissen Punkt eben die Helme aufziehen, da gibt es ja schon eine klare Hierarchie und da ist eben dieses einmal kurz angeschubst werden von so einem, ja, Robocop, da ist einfach eine klare Hierarchie da und ich sehe das auch, natürlich gibt es die Gefahr, dass auch Polizisten und Polizistinnen verletzt werden, aber das Gewaltmonopol hat eben der Staat und das haben nicht die Bürger und Bürgerinnen und der Staat verteidigt dieses Gewaltmonopol und das finde ich, kann man auch kritisieren. Ich kann schon verstehen, dass in so einer Mikrosituation, einer Demonstration, wo es irgendwie zur Auseinandersetzung zwischen Polizei und Demonstranten kommt, dass da Wut entstehen kann, kann ich nachvollziehen, finde ich aber dennoch rechtfertigt nicht, dass man sozusagen, man wird geschubst, also haut man zurück, so ein Schubsen kann auch aus tausenderlei Gründen kommen, es kann auch sein, dass die Polizei eine Handlung vollzieht, um andere Demonstrationsteilnehmer, wie wir es jetzt im Moment zum Beispiel oft erleben, zu schützen. Also das ist mir zu klein und zu sagen, die Welt ist so ungerecht, deswegen bin ich wahnsinnig wütend, gehe auf die Straße und wenn mir ein Polizist in die Quere kommt, haue ich dem einfach auch mal eins auf die Kappe. Ich heiße das auch nicht gut, wenn Leute auf Polizisten Steine vom Dach runterschmeißen, aber umgekehrt finde ich es auch nicht gut, wenn Gewalt ausgeübt wird, die legal ist. Also es ist jetzt ein bisschen so, dass ich von eurer Seite hier ein bisschen höre, wie so Gewalt ist ganz schlimm, aber eigentlich ist das ziemlich doppelmoralisch, weil ihr befürwortet doch Gewalt, nur halt nicht illegale Gewalt, sondern legale Gewalt. Und das ist ein Thema, das da mit reinkommt. Der Linksextremismus ist deswegen, insbesondere für euch, glaube ich, schlimm, weil er, sofern er gewalttätig wird, was er sehr viel weniger tut als die Rechten, in die falsche Richtung die Gewalt macht. Das ist eine Gewalt von unten nach oben und was ihr aber gut heißt, ist die Gewalt von oben nach unten, hinter der der Gesetzgeber steht, der das legalisiert, der bestimmte Regeln aufstellt, wann darf Gewalt ausgeübt werden und dann heißt du das vielleicht in deiner journalistischen Arbeit gut, du heißt es in deiner Arbeit gut. Du bist tatsächlich vom Beruf her ein Ausüber von Staatsgewalt. Das gehört zu deinem... Schneide ich, Entschuldigung, aber muss ich reinschneiden, weil die Scheinheiligkeit, ganz ehrlich, die macht ihr auf eurer Seite. Ich möchte mal kurz, ganz ehrlich, das, was Linda vorhin gesagt hat, ja, ich finde es doof, wenn abgeschoben wird, ich finde es doof, wenn eine Räumung passiert. Also ich möchte mal wissen, warum ist dann anscheinend Gewalt gegen Polizisten völlig legitim, aber warum nicht gegen Beschäftigte der Ausländerbehörden oder derjenigen, der Zwangsvollstreckung, die entscheiden, dass so eine Gebäude geräumt wird. Das passiert in einem Rechtsstaat. Wir haben uns alle verständigt auf die Gesetze. Die macht ja nicht Herr Scholz und die macht auch nicht nur die Bundesregierung. Wir haben uns verständigt, wir haben die Leute gewählt. Das ist unsere bürgerliche Mitte, das ist unser allgemeiner Konsens. Das kann man blöd finden, dann kann man auf die Straße gehen, kann demonstrieren. Ihr rechtfertigt immer ein Stück weit und das ist ein Credo der linksextremen Szene. Gewalt gegen Polizisten ist okay. Die entscheidende Frage dahinter ist, Peter, wenn du ein Problem damit hast mit der Gesetzgebung in Deutschland und das Gefühl hast, es gibt einen Staatsapparat und die Bürgerschaft ist nicht beteiligt, dann könntest du ja darauf hinwegen, dahin arbeiten wollen, das System innerhalb einer Demokratie so zu verändern, dass du zufriedener bist. Die Frage dahinter ist aber, rechtfertigt das Gewalt gegen Staatsapparate, selbst wenn du Recht hättest? Ich glaube, dass Gewalt fast nie gerechtfertigbar ist, nur in Selbstverteidigungssituationen. Das gilt aber auch für legale Gewalt. Ich halte also das meiste, was die Polizei an Gewalt tut, und du sagst, sie begeht keine Gewalt, aber das ist natürlich Quatsch. Natürlich begeht die Polizei Gewalt. Gewalt ist, wenn jemand verletzt wird und ich selbst bin vom Polizisten verletzt worden. Aber jetzt zu sagen, hier ist Gewalt gegen Polizisten legitim oder nicht und gleichzeitig zu sagen, das sind doch unsere Leute, das sind doch alle wir selbst, dann müssen wir gleichzeitig auch von der Augenhöhe ausgehen. Und Augenhöhe heißt, ich kriege deine Rechte und du hast auch meine Pflichten. Und das bedeutet, ich kriege deinen Knöppel, ich kriege deinen Helm, wenn ich auf eine Demonstration gehe und ich kriege meine eigenen, mit mir verkumpelten Gerichte, die überprüfen, ob das, was ich gemacht habe, in Ordnung ist oder nicht. Das heißt aber, du stellst das Gewaltmonopol des Staates grundsätzlich in Frage. Ich stelle die Gewalt des Staates in Frage und ich frage mich und kann da keine Patentlösung anbieten, ob wir nicht viel bessere Arten des sozialen Zusammenlebens hinkriegen, zu organisieren, die nicht so stark auf Gewalt aufbauen, wie das Staaten heutzutage nun mal tun. Und ich will dazu erwähnen, dass die Bundesrepublik Deutschland vergleichsweise gut dasteht im weltweiten Vergleich, aber auch im Vergleich Deutschland jetzt und Deutschland vor 80 Jahren oder vorher unter dem Kaiser oder irgendwas. Also ich will hier durchaus differenziert hinblicken, aber der Staat übt Gewalt aus und tut so, als wären die Linken, weil sie Gewalt ausüben, böse. Also sorry, wenn Gewalt was Schlimmes ist, dann Schluss mit der Staatsgewalt. Ich finde es großartig, dass du insbesondere nur hier dabei bist, weil diesen Diskurs sozusagen, den müssen wir irgendwie und danke, dass das Fernsehen hier dazu einlädt. Aber das ist so ideologisch, was ich von dir höre und ich komme aus der DDR, ich habe auch jahrzehntelang sozusagen in einem Land gelebt, was unter so einer ideologischen Fahne sozusagen seine Herrschaft ausgeübt hat. Und da wird mir ganz anders. Und da kriege ich wirklich Sorge. Also wenn du dieses Gewaltmonopol sozusagen in Frage stellst und so, das kannst du natürlich, das machen wir mitten im Fernsehen, ja, super, also auch sehr demokratisch, du kannst das sagen. Ja, aber da verhandle es doch. Du hast doch so viele Instrumente, sozusagen auch darüber nachzudenken und da bin ich sofort dabei. Wie können wir die Polizei sanfter machen, ja, wie können wir ihnen bestimmte Rechte wegnehmen, ja, so, du bist sofort dabei. Und das möchte ich gerne diskutiert haben. Ich habe sowohl von der Polizei schon Knüppel auf den Kopf bekommen, ich habe von links schon was auf die Nase bekommen und von rechts. Also ich bin sozusagen hier irgendwie das Opfer aller drei Institutionen. Ich will nur sagen, das hat wehgetan. Und das möchte ich nicht, egal von wem. So, und das Einzige, was ich in meinem Leben erlebt habe, was da hilft, ist Gespräche führen. Die Polizei wird praktisch in die Mitte des Kurses gestellt. Das merke ich, wenn ich mit jungen Leuten unterwegs bin, die sozusagen da links gepolt sind, die Polizei ist der Feind. Da stimmt was nicht. Du hast Peter überzeugt, er ist einen Schritt nach vorne gegangen und ich würde gerne mal Bettina dazu holen. Hat er recht? Ist die Dämonisierung oder die Schaffung des Feindbildes Polizei der absolut falsche Weg? Das ist seine These. Genau, ich würde auch, das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, also es gibt ja einen Grund, warum es diese Dämonisierung eben gibt. Die kommt ja nicht aus dem Nirgendwo, die kommt eben aus persönlichen Repressionserfahrungen, wo wir jetzt schon mehrere gehört haben. Die kommt eben daher, dass eben von zahlreichen rechten Netzwerken in der Polizei, wo wir uns auch alle einig sind, dass es die gibt, dass es da ein Problem gibt mit Rechtsradikalismus in der Polizei. Also ja, und ich wünsche mir auch eine Gesellschaft, wo mehr miteinander geredet wird. Deswegen ist es ja auch schön, dass wir jetzt heute miteinander reden. Aber ich glaube, vielleicht noch ein anderer Punkt, es spielt ja auch die Medien eine große Rolle. Also wie wird darüber berichtet? Und wenn wir zurück zum Thema Linksradikalismus, da wird eben sehr verkürzt über Linksradikalismus berichtet. Dann sieht man immer nur Bilder irgendwie von Bengalos und eben Flaschenwürfen. Und dann sieht das so aus, als wäre die Linke, wären dann eben diese wenigen gewalttätigen Menschen, aber die ist ja viel größer. Die linken Chaoten, ja, zumindest Jörg, hast du damit überzeugt? Hast mich abgeholt. Aber Jennifer, natürlich als Chefredakteurin der Welt geht einen Schritt zurück, weil ihr macht das natürlich immer total differenziert und es gibt gar keine linken Chaoten bei euch in Überschrift. Nee, aber ich finde, dass die eine Seite sagt so, es wird total parteiisch über Linksextreme oder linksradikale Berichte. Die anderen sagen, das Gleiche über Recht. Das kann gut sein, wenn wir jetzt über die konkrete Situation von Demonstrationen, über die berichtet wird oder über Gewaltausbrüche, muss man jetzt mal ehrlicherweise sagen, in der Aufmerksamkeitsökonomie, in der wir uns bewegen und das sind nicht in erster Linie jetzt die alten Medien, sondern das sind die digitalen Medien. Natürlich zählt da das beste Bild auf. So würde ich jetzt auch nicht unterstützen, aber ich glaube ganz im Gegenteil, dass eigentlich Linksextremismus, auch Linksextremismus, nicht nur Linksradikalismus, viel vorsichtiger angefasst wird in der Regel als Rechtsextremismus aus verschiedenen Gründen, aber unter anderem aus dem Grund, weil er natürlich aus der Antifa irgendwie wächst und mit Antifa, also Antifaschisten sind, glaube ich, die allermeisten in Deutschland, kann man, glaube ich, so pauschal sagen, auch viele, die eigentlich so dem rechten Spektrum zugeordnet werden. Insofern, also ich glaube eigentlich, dass Linksextremismus eher verharmlos wird. Mich interessiert das, was du gesagt hast, Linksextremismus wird verharmlost. Wie geht es dir denn selber? Wenn du hörst, eine linksextreme Gruppe verprügelt Neonazis, findest du es dann weniger schlimm, als wenn sie normale Passanten verprügeln würde? Oder, also das ist ja genau der Impetus, den viele haben. Aber das ist genau der Knackpunkt. Ich glaube, dass man natürlich persönlich und emotional da eine andere Reaktion hat, aber genau das ist der Knackpunkt. Genau das ist der Sinn, dass man eine Verfassung hat und dass man einen Rechtsstaat hat und dass man irgendwie eine Demokratie hat. Dass man sagt, die Grenzüberschreitung ist egal, aus welchem Grund ich die mache. Es ist eine Grenzüberschreitung, die nicht zulässig ist. Der Zweck darf niemals die Mittel heiligen? Der Zweck heiligt nicht die Mittel und es gibt keine Selbstjustiz. Bettina, haben die recht? Der Zweck darf niemals die Mittel heiligen? Nee, sehe ich nicht so. Also ich glaube eben, wenn man über linke Gewalt spricht, dann muss man eben das gesamtgesellschaftlich betrachten und klar, dann würde ich auch sagen, einen Neonazi auf die Fresse hauen, okay, das ist Gewalt, heiße ich nicht gut, aber die Linke, Linksradikale, die sowas machen, die haben Vertrauen in den Staat verloren und das geht schon seit Jahren so. Also eben angefangen mit dem NSU, wo der Verfassungsschutz zahlreiche Akten irgendwie vernichtet hat, eben mit rechten Netzwerken und mit Repressionserfahrungen und wenn man sich zum Beispiel dieses Beispiel Eisenach anguckt, wo diese Gruppe um Lina E. angegriffen hat, da sagt selbst der Thüringer Verfassungschef sagt, es ist eine Neonazi-Hochburg. Das heißt, in bestimmten Momenten ist da das Gefühl da, man kann sich nicht auf den Staat verlassen. Das ist sozusagen ein großes Gefühl des Vertrauensverlustes und da ist dann die Antifa da und da bin ich ehrlich gesagt froh, dass die Antifa da ist. Das war auch 2015, 2016 so. In Schneeberg, in Freiberg wurden Geflüchtetenheime angezündet und wer war da? Die Antifa hat sich da vorgestellt und da bin ich ehrlich gesagt ziemlich froh. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht darum, dass man Polizei nicht kritisieren kann in Punkten, dass man den Staat nicht kritisieren kann und es ist natürlich gut, wenn sozusagen Zivilgesellschaft da einspringt, wo die Institutionen, die eigentlich zuständig wären, ausfallen. Aber es geht ja um die ganz konkrete Frage, rechtfertigt das eine Grenzüberschreitung, die eigentlich gesetzlich nicht vorgesehen ist. Also und ich würde immer sagen, dann arbeitet halt an dem Staat, wenn ihr mit dem, so wie er im Moment arbeitet, nicht zufrieden ist. Aber sozusagen sagen, nö, da muss ich da zurückschlagen. Das wird doch immer nur zu einer Zunahme von Gewalt, also der so, der sprichletzlichen Gewaltspirale führen. Immer. Wie soll sozusagen Gegengewalt irgendwas besser machen? Irgendwas? Ich würde gerne einen Schritt... Aber vielleicht beantworten die Frage und du darfst sofort antworten. Möchtest du antworten? Wie kann Gegengewalt irgendwas besser machen? Genau, also besser, Gewalt ist schlimm, natürlich. Also darum geht's glaube ich hier, also darum geht's bei uns ja gar nicht, dass irgendwer sagt, ich finde Gewalt geil und, und das möchte ich ganz deutlich machen, da geht's auch nicht darum, wenn Antifaschisten das als Mittel wählen. Jetzt sagst du, es kann nichts Besseres dabei rauskommen, wenn eben sich für ein Gewaltmittel entschieden wird und auch wenn ich von diesem Wort gut weggehen würde, würde ich halt sagen, dass es trotzdem hinsichtlich gewalttätigen Neonazis, wenn sich das dagegen richtet, manchmal eben, oder was heißt manchmal, in unserer Erfahrung, das kann man nachlesen, dazu führt, dass Neonazis aufhören und dann ist es halt in erster Linie weder schön, es ist schlimm, aber es ist effektiv und das sind die Fragen, die man sich stellt oder stellen muss, meiner Meinung nach, wenn wir genau darüber reden, wie lassen sich Nazis aufhalten und wie weit muss man da an mancher Stelle gehen und ich glaube, man merkt auch in dieser ganzen Diskussion, die wir haben, wie kompliziert das eigentlich ist und wie weit das politische Feld ist und wie weit ins Detail es da gehen kann. Ich finde es aber total spannend, dass wir so ein paar Grautöne ausloten, ich gehe trotzdem mal auf nicht den Grauton, sondern auf den Extremfall. Nehmen wir mal an und das ist jetzt vielleicht auch fiktiv, weil es im Endeffekt natürlich differenzierter ist. Passanten, auch linke Gruppierungen werden gewalttätig angegriffen von Neonazis und von rechtsextremen gut organisierten Netzwerken. Sie haben mindestens das Gefühl, der Staat, Polizei lässt sie oft alleine, sie wissen nicht mehr, wie sie sich wehren sollen, ihnen bleibt aus ihrer Sicht nichts anderes als zurückzuschlagen. Könnt ihr das nachvollziehen? Diesen extremen Fall. Nicht, dass ich irgendwas legitimieren will, ich will nur fragen, könnt ihr das nachvollziehen? Dass Leute sagen, hey, keiner hilft uns, wir müssen jetzt zurückschlagen. Aber der Staat würde ja auch nicht zurückschlagen, der würde sie halt einkassieren. Wenn er im Zweifel, wenn sie... Aber wenn du das Gefühl hast, ich rufe die Polizei, die kommen aber immer nicht oder die gehen immer nur zu den Falschen... Möglichste Wacheunterschied zwischen sich schützen und selber Gewalt anwenden. Damit würden wir legitimieren, dass verschiedene Gruppierungen in Sachsen, Sachsen-Anhalt, wo auch immer eigene Bürgerwehren aufbauen, weil sie sich vom Staat im Stich gelassen fühlen. Wir dürfen kein Vakuum sozusagen stattfinden lassen, was teilweise in Ostdeutschland passiert. Da bin ich auch total kritisch und kommen sofort auf die gelben Felder. Da ist so viel... Da fehlt der Sauerstoff der Demokratie. Und dann fühlen sich Menschen aufgerufen, in dieses Vakuum einzutreten und die Rolle zu übernehmen. Und das ist brandgefährlich. Ich verstehe das, ich kann das nachvollziehen, wenn die Polizei dann nicht das tut, wozu sie da wäre oder die Staatsanwaltschaft oder wer auch immer. Oder wenn wir schon so unterlaufen sind von AfD und Freunden, dass ich dann auch in der Politik sozusagen mir der Dialogpartner fehlt. So, dann wird es richtig ungemütlich. Und zurück, zurück brauchen wir also die Gespräche. Und nochmal, wir sind doch der Souverän. Und wenn mich was stört an der Polizei, an wen auch immer, dann muss ich das sozusagen diskutieren und alle zusammenrufen. Ich würde tatsächlich gerne erst mal euch fragen, weil wir jetzt sehr, sehr viel über legale und legitime Gewalt gesprochen haben. Seht ihr irgendwo, also um es klar zu sagen, Gewalt von Nichtstaatsorganen in diesem Land ist immer illegal. Seht ihr irgendwo ein Szenario, wo ihr Gewalt zumindest nachvollziehen könnt? Darüber haben wir ja heute ganz viel gesprochen. Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. Bevor wir auch gleich in eine Kompromissrunde eingehen, will ich trotzdem noch einmal ganz konkret was wissen. Wenn, zum Beispiel jetzt Jennifer, jetzt gibt es so was wie eine Soko Links, es gibt Urteile gegen mutmaßliche LinksextremistInnen. Was willst du noch? Ich finde nicht, dass wir härter gegen Links vorliegen wollen. Ich finde nur, dass wir linken Extremismus mindestens genauso ernst nehmen müssen wie Rechts Extremismus. Das wäre mir ein Anliegen. Mindestens? Ich glaube, dass wir genug rechtliche und gesetzliche Mittel haben. Das heißt, du redest gar nicht über mehr Polizei oder mehr Sokos oder... Wenn sie dann benötigt werden, ja. Aber sozusagen, mir geht es nur darum, wirklich genau hinzuschauen. Benjamin? Ich glaube, du solltest sie nicht auf ihr mindestens festnageln. Ich glaube, man sollte die Linksextremismus auch genauso drüber reden wie über Rechtsextremismus, weil es gibt durchaus schon einheitliche Sachen. Mir ist nicht wichtig, dass wir härter dagegen vorgehen, weil der Rechtsstaat tut es ja schon. Mir ist viel wichtiger, dass wir als Gesellschaft und in der öffentlichen Debatte genau das, was wir heute gemacht haben, aufhören, eine bestimmte Richtung Extremismus besser anzusehen als eine andere. Rechtsextremismus ist die größte Gefahr, weil sie eine Gefahr für die meisten Menschenleben ist, weil wir viel mehr Rechtsextreme in unserem Land haben als Linksextreme und viel mehr Gewalttaten verübt werden. Aber das macht Linksextremismus jetzt trotzdem nicht besser und deswegen ist es wichtig, auch genau sauber darüber zu sprechen. Und wir gehen jetzt in eine sogenannte Kompromissrunde rein. Ich mache es mir immer am einfachsten, weil ich darf den ersten Kompromiss formulieren. Es ist aber in diesem Fall gar nicht so einfach. Wenn wir auf der einen Seite anerkennen, dass es Parallelen gibt zwischen Linksextremismus und Rechtsextremismus, zum Beispiel Gewalt gegen Polizisten, die beiden Richtungen sich aber fundamental unterscheiden in ihrer Ideologie, in ihrer Grundmotivation und auch in ihrer Gewaltintensität und auch in ihrem Gefahrenpotenzial für die Demokratie, dann würde ich sagen, könnten wir die Hufeisentheorie einfach ersatzlos in die Tonne kloppen, weil wir dann erst uns in die Lage versetzen, über beide Sachen differenziert zu sprechen. Mein Vorschlag ist, wir kloppen die Hufeisentheorie in die Mülltonne. Wenn ihr sagt, finde ich gut, würde ich einen Schritt vorgehen. Wenn ihr sagt, was ist das für ein Quatsch, bleibt der einfach stehen oder geht sogar nach hinten. Gelb habe ich überzeugt. Warum habe ich euch nicht überzeugt? Hufeisentheorie ist, wollt ihr immer noch festhalten. Ich glaube, es ist grundsätzlich wichtig, dass wir verschiedene Sachen ordnen. Ja, weil man muss, glaube ich, immer ausloten. Und ja, das Hufeisen ist vielleicht nicht das tollste Symbol, ja, weil es ja wirklich impliziert, wir sind näher dran als beispielsweise an der Mitte. Nichtsdestotrotz sind die Inhalte anders, aber es gibt Strukturen, die eben linksextreme und rechtsextreme symbolisieren. Vielleicht schmeißen wir sie in die Tonne, wenn wir eine neue Partei hier in unserem Land haben, was so irgendwie so ein bisschen linke Ideologie und rechte Ideologie verkörpert und auch schon die extremistischen Äußerungen in die eine und die andere Äußerung gefallen hat. Meine Motivation für den Kompromissvorschlag war ja, Vergleiche sind denkbar, Parallel ziehen ist denkbar, aber gleichsetzen oder nur den Anschein erwecken, das gleichzusetzen, hilft der Diskussion nicht weiter. Da hätte ich mir zugestimmt, aber ich würde das Hufeisen nicht wegballern. Gut, alles klar. Jetzt seid ihr in der schwierigen Lage, eure Köpfe zusammenzustecken in der jeweiligen Gruppe und einen Kompromissvorschlag zu formulieren, der das Ziel haben muss. Also ihr müsst selber damit klarkommen, aber das Ziel soll sein, die Gegenseite näher an euch ranzuführen. Ich weiß, hier gibt es viel Dissens und es gibt auch Schwierigkeiten, aber vielleicht findet ihr ja einen Aspekt, wo ihr sagt, da kriegen wir sie. Da würden sie zustimmen. So, die beiden Gruppen diskutieren noch, wie sie Gelb näher an Grün und Grün näher an Gelb bringen können. Was habt ihr denn für einen Vorschlag? Habt ihr eine Kompromisslinie? Könnt ihr die formulieren? Dann tut es bitte und schreibt es uns in die Kommentare. Wer würde gerne anfangen? Habt ihr Präferenz? Fangen wir mal mit den Gelben an. Ihr steht schon ein bisschen weiter vorne. Okay, was ist euer Vorschlag? Wir haben sozusagen zwei Vorschläge, die aber auch Hand in Hand gehen und der eine ist, dass mehr Menschen für Antifaschismus auf die Straße gehen müssen, sich gegen Faschismus wehren müssen und dann hat man eben auch nicht mehr so eine kleine Gruppe, die das Gefühl hat, sie müssen das tun. Punkt eins, ja. Das ist Punkt eins und der zweite Punkt ist, weil wir viel über Polizei, Gewalt gegen Polizei und auch Gewalt der Polizei gegen andere gesprochen haben, ist, es braucht eine unabhängige Untersuchungskommission, dass eben nicht von der Polizei heraus die Gewalt hatten, untersucht werden, sondern von einem unabhängigen Gremium, was eben nicht die Polizei ist. Wir haben in vielen Ländern einen Polizei- und Bürgerbeauftragten, der ist nicht Teil der Polizei. Das ist ein ehemaliger Verfassungsrichtler sogar. Also gibt es? Ja, aber ich glaube, wir meinen schon eine richtige Institution, die die Polizeipolizei sozusagen ist. Das ist eine Behörde. Entschuldigung, das ist eine Behörde des Landes? Das ist eine bundesweite Behörde? Also in jedem Bundesland? Die gibt es nicht, aber sie bauen, ich glaube mittlerweile, in fünf Bundesländern. In fünf. Okay, aber Deutschland, sagen wir deutschlandweit sozusagen. Und wirkungsvoll soll sie halt sein. Ja, das ist ja eine relative Frage. Frag den mal, ob er wirkungsvoll arbeitet. Aber gut, man kann ja den Appell stellen, dass es eine bekannte, für jeden Bürger bekannte Stelle gibt, in jedem Bundesland, wo man weiß, absolut unabhängig, die fällen notfalls auch Urteile gegen Polizei. Das ist der Impetus dahinter, richtig? Genau, ja. Sorry, ich bin Korinthenkacke, aber Urteile kann... Urteile war das falsche Wort. Ja, richtige Einwand. Richtiger Einwand. Ich bin auch selber ein Klugscheißer, ich weiß, was du meinst. Okay, ihr seid in Teilen nach vorne gegangen. Der Kompromissvorschlag hat sich auf jeden Fall gelohnt. Was habt ihr für einen? Wir haben uns eigentlich darauf geeinigt, worauf wir uns ja im Prinzip hier auch schon geeinigt haben, dass man Gespräche führen und auch ausweiten muss. Also, dass Gespräche quasi mit dem anderen Lager, wenn man so will, ich würde es jetzt hier gar nicht so stark beschreiben, sein müssen. Und auch vielleicht spezielle Gesprächsformen, wo man wirklich dann mal sagt, ein Polizist und ein Aussteiger, wie hast du es formuliert? Also Leute, die wirklich mittendrin waren, um einfach mal auch als Mensch empathisch zu verstehen, was die anderen geht. Also was auch noch über so einen einfachen Austausch, ich meine das, du meinst das, ich habe die Erfahrung, ich habe die. Sonst, dass man sich einfach wirklich mal zuhört, was der andere erlebt hat und warum er zu seinen Urteilen gekommen ist. Das haben wir, glaube ich, hier nur sehr gestreift. Das soll ja nicht nach dem Motto, wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe ein Arbeitskreis sein, sondern es soll ein institutionalisierter Rundertisch. Oder wie muss man sich das vorstellen? Gibt es da Überlegungen schon? Nee, so genau haben wir es noch nicht festgelegt, oder? Es gibt ja durchaus Institutionen und Vereine, die sowas schon möglich machen, im Bereich der politischen Bildung, einzelne Träger, die das möglich machen. Also wir haben das beispielsweise in der Stasi-Gedenkstätte gemacht. Das ist ein Programm für junge Menschen vor allem, die kurz vorm Abitur stehen, die dann Workshops machen zum Thema Linksextremismus, Rechtsextremismus und wo dann auch in der Diskussion wirklich ein Polizist dort sitzt und was erzählt und gleichzeitig aber auch jemand aus der linksradikalen Szene oder beispielsweise ein Aussteiger und dann in den offenen Diskurs geht. Also faktisch brauchen wir mehr Formate wie das hier. Und meine Empfehlung wäre, das nicht nur einmal zu machen. Also ich kenne das Format sozusagen, das ruhig dreimal zu machen mit der gleichen Gruppe, weil dann Beziehungsarbeit entsteht und das hat eine ganz andere Wirkung, als wenn man das nur einmal macht, so weil man den anderen dann wirklich kennenlernt. Regelmäßige Gesprächsreise mit Einbeziehung aller Beteiligten. Würdet ihr sagen, guter Vorschlag? Ach ja, ich meine, kann man ja mal machen. Ist halt eine von vielen Dingen, die halt dann so gleichzeitig ablaufen. Ich glaube nicht, dass das an der Gesellschaft groß was ändern wird, an den Ungerechtigkeiten, die es gibt, an den Problemen, an denen sich die Linksradikalen abarbeiten. wird es, glaube ich, nicht viel ändern. Aber es mag natürlich punktuell für Verständnis sorgen. Und ich würde sagen, es schadet nicht. Ich erwarte aber keine großen, es steckt keine Macht dahinter. Es ist eine Gruppe, da treffen sich Leute und reden ein bisschen. Ja gut, es kann ja mindestens, wie auch heute gezeigt, ein gewisses Maß an Empathie erzeugen. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung für... Ja, ja, ja. Ich sage, es ist okay. Ich würde mir mehr wünschen, aber man kriegt nicht immer alles, was man sich wünscht. Ja, ich meine, auch ich kriege nicht immer alles, was ich mir wünsche. Ich hätte mir gewünscht, dass noch mehr Leute hier vorne im Kompromissfeld stehen. So ist es halt nicht. Man kann sich die Wirklichkeit nicht backen. Man kann sich aber weiterhin was wünschen. Herzlichen Dank, dass ihr euch darauf eingelassen habt, bei aller Schwierigkeit, die manchmal so ein Gesprächsformat auch mit sich bringt. Aber ich habe durchaus in vielerlei Hinsicht Gesprächswünsche gespürt. Und ich glaube, bei manchen Sachen werdet ihr nicht aufeinander zugehen, bei manchen anderen Seiten seid ihr aufeinander zugegangen. Von daher herzlichen Dank. Das waren 13 Fragen zum Thema Linksextremismus, in Anführungszeichen. Vielen Dank. Euer Applaus. Also ich habe mir immer auch erhofft, dass ich noch mehr lerne, aber ich habe auch ein bisschen, ich sage mal, verhärtete Fronten, an denen ich allerdings auch beteiligt war, erlebt jetzt. Mehr als ich dachte. Es ist ein sehr, sehr spannendes Format und man lernt spannende Menschen kennen. Also ich wusste ja nicht, was mich erwartet. Und du weißt nie, wer sind die anderen Protagonisten? Was bringen die so mit? Jeder hat eine Lebensgeschichte, jeder hat Ansichten. Ich glaube, bei dem Thema, bei den Protagonisten, die man eingeladen hat, ist auch schwer, dass wir dann zu einem wirklichen Konsens kommen. Ist aber trotzdem wichtig, dass wir darüber reden. Wenn euch 13 Fragen gefällt, dann könnt ihr hier unseren Kanal abonnieren. Hier oben gibt es eine weitere Folge und hier ein weiteres Video zum Thema.